Perfekt. Ja, so sieht es doch gut aus. AAAAAAAH! Fuck zu hoch. Komm, ey, das wäre so geil, wenn ich jetzt nochmal raufgekommen wäre und dann weiterhelfahren wäre. Das wäre so geil. So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA Online Cunning Stunts Map. Ne, ist ja gar nicht Cunning Stunts, bin ich behindert, es ist GTA Online Custom Maps. Einfach nur, ist gar nicht Cunning Stunts mit, aber hier ist der Klein. Hallo. Und wie ihr seht, ja, ich bin in der Brillenschlange, wie man so schön sagt. Ja, ja. Kann sein, dass die Brille ein bisschen spiegelt, aber ist ja egal, eigentlich. So, direkt mal wieder rauszoom. Ach, Klein, geh mir doch nicht direkt auf den Sack, Mann. Ist heute ein Legendary War Raid, wie so gut gesagt. Weil die Map ist einfach so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein richtig krasser War Raid, so sah es jedenfalls aus. Ich kann es nicht zu 100% sagen, ob der cool ist oder nicht. Danach spielen wir noch eine Map, weil die ja anscheinend relativ einfach ist. Ich sehe da schon Röhre oben. Äh, Luft hängen zwischen den ganzen Towern. Wer ist gleich bestimmt hoch, ja? Röhren hoch. Ah, ich hatte recht. Ach du Scheiße, was ist denn das schon wieder, Mann? Holy shit, ey. What the fuck. Und ich habe gesehen, dass die Facecam wirklich gut bei euch ankommt. Dankeschön für das schöne Feedback, Freunde. Nein. Habt euch auch lieb. Oh Gott. Aua, hängen geblieben. Nice. Aber ganz knapp auch bloß, ey. Und drehen. Perfekt, yo. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich schlitter runter. Nice. Auf dem Dach runter schlittert. Oh, ich bin Profi. Dass Klein mal besser ist als ich, ist ein Wunder. Ey, was für ein Wunder. Hahaha. Ach, Mann ey. Das war ja mal brillant, wie das hier gelöst wurde. Achja, ähm. Ihr habt vielleicht jetzt mitbekommen, dass die Qualität nochmal ein kleines Stück hoch gemacht wurde. Also, bis es besser ist. Hoch gemacht wurde, Alter. Ich besitze ein Deutsch. Das wurde hoch gemacht. Das wurde hoch gemacht. Jedenfalls ist die Qualität ein bisschen besser, weil ich die Codierung immer ein bisschen höher gestellt habe. Denn bei den Streams habe ich eine schlechtere Qualität. Da musste es aber auch sein, weil sonst leckt es einigermaßen Dollar bei euch. Im Stream. Also, das lädt immer nach und so. Aber hier bei den Aufnahmen geht es ja. Also, da habe ich dann nochmal schön höher gestellt. Die Qualität auf 10.000 Bitrate. Und, ja. Auf 10.000 x 10.000, oder? Ja, natürlich. Auf 10.000 x 10.000 Pixel, weißt du. Ja. Weißt du, was kann ich... WTF? WTF was? Okay. Okay. Ah, okay. Okay, schön. Ja. Hui. Holy shit. Kann man hier unten auch? Nee, kann man nicht. Fuck it. First way vorbei. Ich bin falsch angefangen. Ich bin falsch angefangen. Oh, armer Clan. Ich bin auf die Kante drauf geraust. Komm, 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 komm. Sieh, Mann. Oh, Gott. Mit'n Jump zwischendurch. Fuck it. Überdreht, ey. Ficken. Mann. Nein. Ich hab's jetzt fast geschafft. Das glaub ich dir eh niemand. Mann gibt's keine Waffen, Mann. Weil ich's nicht einstellen konnte. Ich hab schon extra auf Kollision gemacht, weil das war vorher eingestellt, dass keine Kollision... Bahn. Aber super. Ey, ich rutsch immer bei dem Jump raus, ne? Ah, was heißt du mal? Ich bin erst zweimal darauf gefahren, aber... Och, Clay, Mann. Woher wusste ich denn, wenn du da hängen bleibst, bis du rückwärts fährst, wenn ich komme? Och, Clay. Ist auf was du nicht. Danke. Perfekt. Ja, so sieht's doch gut aus. Ah! Fuck, zu hoch. Komm, ey, das wär so geil, wenn ich jetzt nochmal raufgekommen wäre und dann weitererfahren wäre. Wär so geil. So, Clay. Er fährt absichtlich bestimmt dagegen, war so klar. Ne, bau. Gar nicht. Go, Clay. Go, Clay. Du schaffst das nicht. Und ich fisch mir ab. GG. Nein! Ja, geht doch, ey. Gott sei Dank. Äh, nicht auf den Darm? Da ist er. Ja, Arma, Clay, ne? Hast du ein bisschen reingeschissen, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Auli! Ich hab ihn. Nice! Nein! Also! Hehehehe! 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 Ich bin Profi halt, wie schon gesagt, ne? Ja, verstand ich... Doch! Auf, First Tryey! Auf und First Trye! Ja, beim nächsten Mal ist es ein First Tray, sag ich dir. So, wie das... Mache ich nächste Mal ist es auf First Try. Versprochen! Wenn ihr glaubt, dass ich das First Try schaffe, dann gebt man einen Daumen hoch. Hehehe. Hehehe. Hehehehe! Daumen runter. Nee, nee, nee. Ach so! loo, ich... das eine runde eingestellt gewesen ok super dann hat sich das ja schon erledigt kriegern dislike mann okay dann versuche ich noch mal anzufahren dann versuche ich es mal so das sieht aber mega cool aus mit dem so dann fangen wir noch mal hier an also ja wohl mal ob wir 2 hinbekommen wenn er jetzt glaubt dann kurz pausieren leid geben und dann ja gucken wie sie für zwei ich sag ja ich bin profi ich habe doch nichts anderes von mir erwartet was denkst du klein alter denkst du ich bin so schlecht wie du so da war mal ein bisschen autobahn entlang und springen gegen ausfahrt auf aufwarten müsste eine aufwarte ja aufwarte ist ja ja erklären schaffst du irgendwann mal da kommst du doch hast du doch jetzt f respawn schnell schnee ja du bist eh vor mir ich muss noch ein bisschen ja ein bisschen aber nur deswegen wo kommt ein klein dahinten gefahren klein muss noch links da bist du hey was für links das war rechts aber gut wir sehen uns gleich wieder nächste bis gleich willkommen zur zweiten map ein magic loop spiral irgendwie sowas in der art ja ohne osiris t20 ja ich habe den osiris er den t20 ja mal gucken also das auf jeden fall interessant aus und klein für dich die information nach dem looping das wird alles automatisch gehen muss da bloß wahrscheinlich weh drücken ein war so klar dass du jetzt wieder anfängst waren ich habe gerade waffen ausgewählt man deswegen ja jetzt schießt er sagt mich auch noch alter junge kleiner wichser und jetzt wartet er oder da da hallo jetzt schießt doch mal danke meine güte bitte danke gerne doch halt jetzt wieso sollte ich denn da ist das ding dann habe ich ja sei leider da braucht sich gewartet was soll ich mein problem alter ach ja ist dein problem wenn du auf mich wort das kleine sagt du hast aber auch bloß auf mir wartet dass du mich abschließen kann ach 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 ich fahr jetzt mit platten reifen mal hier rauf mal gucken ob es klappt es klappt es klappt holy shit hä klappt es nein ja meine beiden hinter reifen waren weg der toll zeugen da machen würde kannst du mal sagen ach man kommt schon jetzt aber man kann durch die brücke fahren ja kann holy shit lol hä what the fuck und war das bitte habe ich noch nie so gesehen noch nie ach ich weiß gar nicht ob ich zwei runden eingestellt habe ich denke mal ich würde ich noch ein klären keine sorge ja ja es sind zwei runden bis gerade in der zweiten drin oder was ja dort nicht deine anscheinste das alles rückwärts ich bin gleich erst in der zweiten runde und zwar genau jetzt oder ja jetzt ich krieg dich noch klein 17 minuten schon krass man so eine schwule musik was soll die scheiße keine ahnung man kannst du doch ändern entweder mit mausrad oder kuh alter ja ach was aber du bist doof na ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß zu mir leid voll vergessen man was dass du doof bist ja weißt du doch nix ein bisschen aus der takt gebracht nein da stimmt ich bin nur falsch aufgefahren ja ach mir juckt die nase schon wieder aber ich habe es noch hinbekommen kommen klein verkackt verkackt nochmal so ich bin hier auf der fersen mein freund ich finde es aber witzig wie alles automatisch ist ne glaube ich nicht sollte ich bin hinter dir mein freund so mitten ich bin hier auch die 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 Nein, dann kauf dir mal ein bisschen Zielwasser. Ja, wie soll ich nicht auf der Entfernung, wenn ich schnell fahren muss, machen? Man, nee. GG, Clan. Props an dich, dass du mal gewonnen hast. Wir sehen uns dann. Ja, mal gewonnen. Ja, richtig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch für den Like, den ihr jetzt gegeben habt oder schon vorhin beim legendären WarRide. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schaut beim Clan vorbei.